Ja, einfach gefehlt. Einfach wird es 28,4. Das ist jetzt so, wie Sie es hoch machen, oder? Genau, ja. Ich bin gespannt, ob es irgendwie... Und da ist jetzt zum Beispiel ein Fall, Sie sehen, dass die obere Lage nicht genau auf der anderen Lage sitzt. Sehen Sie das? Ja. Und jetzt haben Sie es genau ganz deutlich gesehen, wie jetzt diese Kante, die eine Kante kaputt geht. Sehen Sie es? Ja, richtig. Und das kommt jetzt daher, weil durch diese Dehnung, die Längung, ist zwischen links und rechts eine viel größere Länge da. Okay, jetzt sieht es interessant aus. Ja. Das ist jetzt ein ganz klassischer Einfeindfelder, eigentlich, ne? Ja. So, und das sind auch Ihre riesen Differenzen, die Sie haben, ne? Und da sind Sie 40 Prozent weg. Und Sie sehen jetzt ganz genau, was passiert ist. Dort auf der Seite, wo es eine kurze Wegweise ist. Das ist ganz klipp und gerade zurück, das passiert hier. Und das muss jetzt, das muss ich festhalten. Und das sind Anwendungsfelder an. Das ist das, was ich... Wo wir zusammengehockt sind, gesagt haben, meine Großangst sind eigentlich diese Dinge. Ich habe vor dem Gurtband nicht das Problem, sondern genau diese Dinge sind es. Ja. Sehen Sie das da? Den da? Und der ist ja da drüber draußen und der platzt hier weg. Dort wird er durchgeschnitten. Jetzt bis dahinter reingeht. Vielen Dank.